servus meine leute und freunde willkommen zurück zu weiteren folge guacamelee 2 für die nintendo switch und wie ihr sehen könnt sind wir hier in diesem kerker gefangen wir können hier nicht raus wir haben letztes mal aufgepasst und wisst ihr dass ein hühnchen da war ich dachte wir sollen da mal hinterher gehen durch die toilette wieder hier ist die tür die ist offen gespeichert und los geht's okay okay so komme ich zurück gut zu wissen los hier schattenminister jetzt reicht es aber Schatten kann er mich trotzdem treffen? Ich denke auch, du Spatten. Oh, er trifft ihn von oben die ganze Zeit. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, das war natürlich schlecht. Okay, müssen wir nochmal probieren. Los geht's. Müssen wir schon vorsichtiger sein. Das Hühnchen kann natürlich auch kämpfen. Okay, müssen wir schon aufpassen. Das Hühnchen ist auch nicht so leicht. Okay, warte. Ich kriege auch. Okay, das reicht auch. Das Hühnchen reicht. Oh, ist schon wieder so weit unten. Ah, so. Dann gehen wir die Tür unten auf. Zurück. Okay. Okay. Das ist wahrscheinlich hier hoch, ne? Okay, da sind ein paar Nachos von uns hier. Bam! So. 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 Die kriegen wir noch alle weg. Gespackt hier. Okay, hier runter. Okay. Geschleifert. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist ja auch rollende, ne? Na, was sagst du? Oh, geh ich genau in dem Moment runter. Okay, das ist natürlich spiel. Oh, warte. Ich muss mich da oben erst so platt machen. Machen wir jetzt erstmal. So. Speitern. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ups. Okay. Ah. Scheiße, geht er gar nicht. Da müssen wir leider ein Mädchen sein. Okay. Komm, ist. Okay. Wo geht's weiter? Man hätte auch doch runtergehen können, fährt man rein. Warte, wir stehen mal kurz. Weil hier ist auch ein, nee, kann ich von oben nur runter. Okay. Na, ist egal. Und das doch zu dumm zu sterben. So, warte geht's. Zack. Uh. Oh, nein. Oh, nein. Na gut. Oh, nein. So. Wee. Wee. Wir müssen durch die Abflussrohre. Wir kommen auf jeden Fall wieder runter. Das können wir dann mal machen. Und rückwägig schmarrn, ne? So. No, okay. Du bist ein Kumpel. Hast du einen Löffel? Ich kann dich leider nicht befreien. Oh, warte. Oh, warte. Ich bin auch erst mal da oben. So, jetzt aber. Wir müssen den da hinten erst mal killen, glaube ich. Der nervt ja total. Ah. Ah. Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Na gut, hab ich wohl nicht. Okay, das war's. Ich bin ein bisschen leichtsinnig. Das gebe ich zu. Oh, nein. So. Eins zumindest weg. Okay, warte mal. So. Ich kriege es natürlich nicht so platt. Oh. Gibt's doch gar nicht. So. Ja. Ja. Da hab ich den auch krippen. Shit. Das machen die scheiße. Komm her Na gut, ich hab ihn so gewollt Wir kriegen das, mach nochmal erstmal den Platz hier So, reicht's aber hier Mann, oh Mann Und das war natürlich doch So Lange genug uns geärgert Das dumme Viech Geht's weiter? Gucken Komm, haut doch mal durch den Blitz rein Das passiert gar nicht, scheiße Oh Oh, nicht runterfallen Oh Oh Nein So geht's auch Hey Hey Oh Was? Oh Das ist mir mal ernst Oh Na gut Wir haben die jemals erledigt Es gibt's doch nicht, wie dumm war das denn? Oh Mann, oh Mann Da Oh Na gut Na gut, also Okay Muss das Hühnchen sein? Nein Oh, super Ei, 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 du Oh Da läuft noch ein Huhn Oha Nein Oha Das reicht aber auch Oh Ich bin wieder oben gelandet Okay, warte mal Ist auch gar nicht Das fällt mich denn ja nicht Na gut Mal speichern, das ist schon gut Oh nein Okay Okay, ähm Ähm Okay, warte So geht's auch So, hier geht's in kleinen Kampf wieder Behauptet mal Yes Good job Benutzt du den Slam oder Polo Shoals? So geht's auch Ehh Äh Is Is Da Ah, komm her. Boah, blöde Viecher, ey. Boah. Okay, jetzt sind wir alle. Komm her. Los geht's, speichern und weiter. Oh, Krabi. Ey, das ist aber auch echt ein Monster Viecher. Blöden Pflanzen. Ich hasse Blumen. Ja, jetzt kommen wir ein paar Mal. So. Oh. Brauchen wir nicht töten, oder? Scheiß drauf. Den kann ich auch nicht da, den Orange an. Aber den kann ich. Okay. Kann ich auch nicht. Das wäre jetzt noch mein Favourite gewesen, aber es ist anscheinend nicht. Gut, den holen wir uns jetzt. Und Flasch. Oh. Kleiner Ehrweg, würde ich sagen. Seht ihr was? Hier sind nicht nur ein paar Hühner, hier sind alle möglichen Hühner. Loco. Loco. Die Prophezeiung ist wahr. Die Prophezeiung. Das Sagen, obwohl ein Hühnermann ist zu uns herabgestiegen. Hühner Heiland. Hühner Heiland. Okay. Und erlöse uns von dem Vogel, der nicht genannt werden darf. Schhh. Darf nicht genannt werden. Unser kostbares goldenes Ei wurde auf klare Weise von Sob gestohlen. Hm. Gwen. Sob. Ich meine, der Vogel, der nicht genannt werden darf. Er ist durch die Kanadation unserer Zufelung eingedrungen und hat Catoado eingelassen. Wir wissen nur nicht, wie sie entkommen sind. Es ist ein Mysterium der Physik. Ein Füsterium. Und wer sind wir denn, dass wir Wunde anzweifeln? Ich muss dir etwas zeigen. Folge mir. Ach ja, die Toilette ist übrigens gleich links. Geht jemand her? Was ist an zu zeigen? Ein paar Hühner sind her, ne? Oh. Zuerst musst du den bösen Geier bezwingen und den Hahnentum retten, so wie die Prophezeiung uns vorhergesagt hat. Dafür werden wir für immer dankbar sein. Aber wenn du außerdem den kostbaren Schlüssel zusammensetzt, auserwählter, dann helfe ich dir, die wichtige Tür zu öffnen. Die wichtige Tür? Okay. Hinter dieser wichtigen Tür liegt die legendäre, besondere Botschaft. Die besondere Botschaft. Also vergiss nicht, zu mir zurückzukommen, wenn du es schaffst, die fünf Fragmente der kostbaren Schlüssel zu finden. Die kostbaren Schlüssel. Okay. Machen wir. Vielen Dank. Können wir überall noch nicht längs. Aber jetzt kriegen wir erstmal was. Bam. So, er gibt uns jetzt das orangene Ding, würde ich sagen. Von hier an wird es nicht einfacher werden, auserwählter. Möge diese Macht zur Feinde schärfen. Der Hühnerschlitten. Poloslide. Geil. Ja, alle zählen auf dich. Und hier unten hat er auch noch ein Türchen, oder? Und dahinter. Guck mal. Abkürzeln. Ach, guck mal, ich gehe durchschütteln. Das geht auch so. Perfekt. Jetzt gucken wir hier. Jetzt ist noch ein Lutscher. Das geht auch so. Oh, nein. So. Gehst du hier weiter? Okay. Natürlich. Okay. Okay, warte mal. Okay. Jetzt glaube ich, ich habe doch was. Nein, doch. So. So, das ging auch eigentlich ganz so schnell, war doch gar nicht so schwer. Ach, guck mal hier. Ein Herzcontainer. Perfekt. Ein Herzcontainer, ein Herzcontainer für uns. Kommt man da durch? Nee, doch hier. Okay. Kleiner Weg. So, sind wir schon wieder draußen. Oh, jetzt geht's los. Das war seltsam. In Ordnung, verwenden wir uns in Hühner und suchen einen Weg über die Kansation hinaus aus dem Gefängnisbezell, damit wir die Ziegenmänner aus einer anderen Zeltlinie in den Summen schaffen können. Das war sehr schnell und sehr überflüssig. Das war trotzdem noch nicht hoch, ne? Nee, wirklich nicht. Da hat auch kein Move für. Aber hier. So, da haben wir Schlüssel gefunden. Oh, da haben wir einen Speichern. Diesen Weg hier. Oh, du Scheiße. Da sind ein paar. Aber gegen die müssen wir ja gar nicht kämpfen. Das wäre eine Massenschlacht. Boah, wie ein Riesenhuhn. Was bin ich denn für ein geiler Fuhn? Coole Sache. Geht's weiter? Okay, weiter. Nee, warte. Okay, warte. Jetzt weiß ich. Okay, jetzt alle Dinger benutzen. Okay, das war ein bisschen toller. Das war auch ein bisschen toller. Dafür können wir ja sliden. Okay, du meinst, du kannst ihn mit mir aufnehmen? Und dies. Und dies. Okay, jetzt ist die Frage, wo wir hinwollen. Wir gehen jetzt nicht runter gleich. Ah. 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 Warte mal, wieso das beginnt? Achso, doch alles. Nee, komm ich nicht. Ich muss den anderen weggehen, ne? Okay. Dann kommen wir wieder raus. Gut. Wir holen uns auch gleich da. Okay. Vielleicht auch nicht sofort, aber gleich. Okay. 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 da kommt schon wegen eines hühnchen hier ist so noch ein herzteil das heißt wir steigen in diesem leben so gut ich muss alles auf konkrete dinge brauchen hier Hm? Also das ist der Button, okay. Oh Mist. Oh Mist. Spacko. Ja, wo kommen wir diesen Gauner aus der Lektion erteilt. Danke für deine Hilfe. Okay, haben wir denen geholfen? Die sind ja nett. Keine Zeit zu vertrüdeln, wir können später weiter. Zeit sich aus dem Staub zu machen. Mal laufen mal da her. Boom. Ah Mist. Das ist doch gar nicht. So. So, hier machen wir eine kleine Pause. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.